hey huwix hier zu einem informationsvideo ja es ist ja wieder mal ewig her update und informationsvideo habe ich schon ewig keins mehr gemacht da habe ich mir mal gedacht komm es ist schon so ewig her haus mal eine update und eine information gleicherseits raus ja gut wir haben jetzt mit der ende wir haben jetzt eher ende mai es ist der 24 um knapp 22 uhr ja und ich wollte mal ein update video machen wie ihr seht habe ich auch den channel natürlich wieder geöffnet weil wie soll es denn auch sonst sein was halt sonst so ansteht in nächster zeit 989 abonnenten bis jetzt 11 noch auf die 1000 wird aber noch dauern weil wir wissen es ist sommer oder der sommer kommt bald und das wird wahrscheinlich eher dann im winter gefeiert was das angeht relativ gutes consistent comeback habe ich so ein bisschen gemacht mittlerweile ich lade jetzt seit zwei wochen fast wieder täglich hoch was ihr doch in letzter zeit in den letzten monaten definitiv nicht der fall war definitiv nicht ich glaube das letzte mal täglich abgeladen habe ich hier vor fünf monaten wie ich schwer und schild gespielt habe und danach war glaube ich nichts mehr täglich das sind halt so pokémon ist halt eine sache die möchte ich jedes mal täglich raushauen und da kommt es auch teilweise dann zu doppel upload wenn sie springen ist da bringt mich nichts rum das ist so weil pokémon möchte ich meistens so schnell wie möglich durchgespielt haben dass ich quasi kompetitiv trainieren kann dann auch wenn ich es nicht ewig spiele aber das war wieder eine generation wo ich ein bisschen länger kompetitiv gespielt habe und ich mir sicher bin dass ich beim dlc dann dasselbe wieder machen würde wobei diesmal vielleicht alles anders kommen könnte das hat natürlich mit einerseits das hat eigentlich nur mit beruflichen sachen zu tun denn dort wo ich jetzt behalten werde also jetzt demnächst mit ersten juni ein arbeiter bin wird sich sehr sehr viel ändern den ganzen juli und august bin ich auf jeden fall nur zwei wochen hinten zu hause das heißt da wird es wahrscheinlich kaum content geben denn juni und august welche wahrscheinlich dann dann nutzen so ein bisschen ein reset zu machen heißt ich werde wahrscheinlich nichts hochladen und dann wird sich generell wahrscheinlich was ändern und da muss ich mich entscheiden dann entweder wird dann wirklich nur mehr jedes jahr im winter die sind vier kommen so langsam läuft läuft und sonst nichts mehr oder ich finde einen anderen stil mit den videos was soll so nicht mehr wirklich geht selbst langzeit zuschauer sind nicht mehr wirklich aktiv und mir fällt es auch auf dass es eigentlich immer sehr sehr langweilig ist alles was ich mache ich meine ich habe jetzt mega spaß mit scrap mechanik keine frage aber mir kommt es vor dass da irgendwie nichts passiert dass es da doch sehr gezogen ist vielleicht längst trotzdem wenn ab eine halbe stunde am tag das wäre auf jeden fall das ist auf jeden fall schönste sich natürlich machen kann jemand einfach von irgendwelchen schwierigen sachen einfach mal abzulenken also von negativen sachen nicht zum beispiel von hausübungen oder sonst irgendwas oder einfach mal zum entspannen das ist natürlich das schönste was man machen kann aber wenn ich die drei projekte durch habe kann es natürlich sein dass dann für sehr lange zeit nichts mehr kommt und ich erst wieder im september dann anfange schon langsam wieder alles hoch zu fahren um dann wieder in november skispringen rauszuhauen und so weiter und so fort also pokémon lc wird wahrscheinlich auch nicht kommen außer ich mache es unregelmäßig und ich weiß nicht wie ich das ertragen werde dann mit den wait times quasi sage ich jetzt mal und wie oft ich dann wirklich zu hause bin weil meistens vielleicht nur einen tag zu hause sein wo ich wäsche wasche dann wieder runterfahre quasi und die arbeit die dann zu dieser zeit weil ich dann an eisenbahnbaustellen halt arbeite und die teilweise halt auch mal 200 kilometer weg sind oder sagen wir mal 120 160 kilometer weg sind und da kann ich halt nicht eben mal herfahren wenn ihr versteht was ich meine und das wird sich auf alles auswirken green hell waren bisher nur zwei aufnahmetermine die wir gemacht haben ich habe noch immer folgen ich glaube noch immer mindestens sechs sieben folgen mal gucken ob es noch mal zu einem aufnahmetermin kommt was ich hoffe weil es macht spaß aber ich muss mal aus der base rauskommen so ein bisschen und da muss er noch leon und kann sein finden dort dann aufzunehmen weil sonst wird es wieder wie forest wo es dann ewig eine pause dazwischen kommt dann noch mal ein paar aufnahme zustande kommen und dann wieder nichts ist also ja da muss man gucken control schaue ich dass ich so lange ich halt noch hier bin das fertig bringen das heißt ich werde versuchen das ein bisschen öfters aufzunehmen und wenn ich es auf nehme dann vielleicht drei vier folgen und nicht nur zwei folgen aufzunehmen gucken wir mal wie das dann läuft und scrap mechanik habe ich sowieso noch zehn folgen auf lager da haben luke und ich in den ersten paar tagen wo es rausgekommen ist gleich mal ordentlich reingesucht hat und jetzt immer so ein bisschen am grind wo man nicht mehr so viele folgen machen kann bis halt wirklich wieder was passiert da müssen wir halt ein bisschen grinden und hin und wieder kommt dann halt jetzt haben wir heute eine folge aufgenommen aber trotzdem vier stunden gespielt also wir müssen halt ein bisschen gründen hier jetzt habe ich gerade ein langes wochenende noch und dann bin ich diesen monat zwar auch schon natürlich den kommenden monat mehr am arbeiten als sonst aber es wird dann in diese richtung gehen dass es trotzdem noch content gibt für den monat weil ich halt viele vor aufgenommen habe und ich dementsprechend dann auch die wochenenden wahrscheinlich dafür nutzen werde hin und wieder dann wieder aufzunehmen wenn ich mal einen tag frei habe mal gucken wie das dann ist ob ich dann zwei tage durchgehend wochenende habe ist immer dann so eine frage kann ich nicht sagen im moment sind sie ja doch ein bisschen mehr gewesen weil ich na weil ich keine extra stunden machen musste aber das ändert sich halt jetzt dann im juni gut ja also control wird weiter laufen bis fertig ist green hell ist also fragezeichen aber da kommen auf jeden fall noch den ganzen juni folgen aber so wie es aussieht nur jede woche eine und ja im juli werde ich dann so gut wie es geht versuchen alles auslaufen zu lassen und der august wird dann wahrscheinlich ja wird dann wahrscheinlich komplett leer bleiben dass ich mein reset mache hier am channel oder versuche noch mal vielleicht durchzustarten wir werden sehen sonst wird es halt noch mal nicht diese vier saison geben und dann könnte das es gewesen sein tatsächlich wir werden sehen wir werden sehen das ist noch nicht fix ich muss erst mal gucken wie es läuft wie es mir dabei geht wie ich dann noch lust habe videos zu machen vielleicht wird es dann einfach auch keine ahnung mega super cut folgen einmal im monat geben oder sonst irgendwas ich habe keine ahnung was ich danach machen werde irgendwas möchte ich natürlich auf dem channel weiterhin machen weil es fällt mir schwer sachen aufzugeben die seit acht jahren machen mittlerweile es wird auf jeden fall nicht mehr so häufig sein und es werden auch keine langzeit projekte dann mal kommen so für die sicher welchen channel auf jeden fall ein bisschen umstellen müssen diese vier im winter ist auf jeden fall noch safe so viel kann ich mal versprechen aber ob es dann wirklich jedes wochenende und springen ist springen kommt zur pünktlichen zeit das kann ich nicht versprechen das kann ich versprechen ich weiß halt nur dass ich jetzt wo ich in den nächsten drei monaten arbeiten werde wo ich danach arbeite weiß ich noch nicht ich habe noch nicht alles vom von der einteilung beziehungsweise das ganze zeug drum herum gesehen gehört wie auch immer ich weiß auf jeden fall dass ich größtenteils vom jänner zu hause bin als das erleichtert die geschichte dann schon etwas gut ja das wird interessant auf jeden fall werden nächstes kapitel bei mir im leben was das betrifft und nun ja ich werde doch schon fast zehn minuten punkt ist ich bin noch hier ihr könnt mich fragen kommentare wie immer sehr sehr erwünscht und ich versuche jetzt noch mal aktiv zu sein und videos hat raus zu schmeißen und alles was ich gerade spiele gefällt mir sehr gut kommt nicht so oft vor dass ich so eine phase wo mir so viele spiele gefallen auf zu einer zeit die rausgekommen sind ich mein green hell ist schon länger draußen aber der multiplayer mit leon und khan ist super wird sich auch immer zwei spiele generell gefällt mir sehr gut deswegen haben wir auch script mechanic noch ich weiß nicht ob es so super ist zwei survival games darauf zu haben aber wir haben dann eh noch control story game weil ich story games ja auch liebe und tatsächlich mal ein shooter tatsächlich hier am channel hätte ich mir nicht gedacht dass das auch mal der fall sein wird aber ich muss ja mich eh schon einstimmen auf cyberpunk wie ich das in welche kapazität ich das spielen werde dann sobald es raus ist oder ob ich die zeit dafür habe dass ich das jemals spielen werde ja das werde ich noch erfahren ist wie gesagt zug fährt ab in die ungewissenheit so quasi so ein bisschen aber auch jetzt in die ungewissenheit aber auch bisschen gewissenheit in manchen sachen ja gut dann mit habe ich glaube ich alles gesagt vielen dank für eure aufmerksamkeit für die die zugehört haben bis zum schluss schreibt blaubeeren in die kommentare oder blaubeere oder ananas je nachdem welches team ihr lieber seid und ja danke fürs zuhören danke für die jahrelange treu für die die schon ewig dabei sind und ja bleibt ihr seid und spielt schon brav weiter nicht